Musik Musik Man muss das Publikum jeden Tag wieder neu finden. Also es hat keinen Sinn, sich irgendein gemachtes Nest zu setzen und zum Beispiel bei der Lockhalle hier glaube ich, dass wir nicht nur sogenannte Musikhörer oder gar neue Musikhörer, dass es ganz wenige sind, dass wir die ansprechen wollen, sondern eben wir haben ein konkretes Thema, einen Raum, eine Lockhalle. Wir sprechen auch einfach Leute an, die an dieser Lockhalle interessiert sind. Musik 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 Wenn ich für bestimmte Leute, die eben auch nicht Musikhörer sein müssen, sondern für die Musik machen für einen bestimmten Ort, dann habe ich einerseits das Gefühl, es wird besser, es ist authentischer. Und dann ist auch dieser Rechtfertigungszwang, es ist dann nicht sogenannte Flaschenpostkunst, die ich einfach mal ins Wasser schmeiße und sage, ja selber schuld, wenn keiner anbeißt. Musik Sondern in dem Sinn heißt es schon, wie soll ich sagen, ortsbezogene Projekte zu machen, heißt auch dahin zu gehen und für die Leute, die vor Ort sind, das zu schreiben. Und wenn die kommen, dann ist es gut, dann habe ich auch, dann stimmt die, da kann ich mich rechtfertigen. Und wenn die nicht kommen, dann habe ich was falsch gemacht. Musik Die Beschleunigung dieses Stück ist nur für die lokale Göttingen gedacht und funktioniert garantiert nicht woanders. Jeder Raum hat ein anderes Gesicht, hat eine andere Atmosphäre. Und mich interessiert diese Präzision so stark, dass mir der Preis nicht zu hoch ist, zu sagen, das sind Stücke für eine bestimmte Situation. Mir geht es da auch ein bisschen um Authentizität. Dass ich, mir gefällt das, wenn auch, das klingt jetzt sehr anachronistisch im Zeitalter von Internet und allen möglichen Übertragungsmöglichkeiten zu sagen, so, man kann zur rechten Zeit am richtigen Ort sein, dann erfährt man so eine Performance oder so ein Stück und eine Stunde später keine Chance. Dann ist halt, das gibt es nie wieder. Musik 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 Musik